Also wir fahren Freitag von Atlanta los und ich liefere euch wohlbehalten am Sonntagnachmittag wieder in euren Vororthäusern ab. Vier Freunde auf der Suche nach Natur, Freiheit und Abenteuer. Der harmlose Wochenendausflug Quatsch nicht so viel, zieh dich aus. wird zur tödlichen Katastrophe. Wenn du willst, dass wir die Leiche verschwinden lassen, dann riskierst du eine Mordantrage. So viel verstehe ich von den Gesetzen. Ein Albtraum. Auf dem Fluss, ohne Wiederkehr. Den Tod im Nacken. Der Kerl, der muss genau wissen, wo wir sind. Ein Oscar-nominiertes Meisterwerk. Was machen wir jetzt? Beim Sterben ist jeder der Erste. Mit Burt Reynolds, John Foyt und Ned Beatty. Auf Szene Action. Geil. Das war's.